Mein Name ist Luca. Ich schreibe gerne Texte über Beziehungen. Ich meine allerdings nicht die Beziehung von Mensch zu Mensch, sondern die Beziehung von mir zu Essen. Danke. Scherz. Heutige Kategorie, Brötchen. Ich habe ein Liebesgedicht an Brötchen geschrieben, einfach weil ich finde, dass es angebracht ist. Und der Text heißt, das erste Liebesgedicht, das ich ernst meine. Das ist ein bisschen traurig. Hallo, ich schütte hier gerade mein Herz aus. Was machst du? Ja, wir kommen jetzt alle mal ein bisschen runter. Okay, ich glaube, wir brauchen Sanität. Nee, alles cool. Es ist das erste Liebesgedicht, das ich ernst meine. Das ist traurig, aber es ist vollkommen in Ordnung. Denn dafür habe ich diesen Text geschrieben. Er geht so. Eine wahre Pracht, die klare Nacht. Und wir haben sie wirklich gebührend erlebt. Doch am Horizont hat jemand einen Eimer umgetreten. Es verteilt sich um Gebeten, alle Wagen zu erahnen. Die ersten paar Schwaden von Strahlen des Tages. Ein Schwan hebt den Hals. Es beginnt sich, ein klares Gesicht abzuzeichnen. Ich finde noch Bares in Taschen. Es schleichen die letzten Versetzten alleine nach Haus. Ein unsichtbarer Strang zieht mich auf die fahle Straße. Denn es drang mir gerade eben erst ein Duft in meine Nase. Und ich folge von Wolken aus Watte flankiert. Dem Geruch, der mich in eine Wohngegend führt, die mir vorher schon bekannt war. Weil dort irgendein Verwandter mal eine Parkbank abgebrannt hat. Aber heute ist es anders. Heute wandert mein Blick über kahle Fassaden, Barrikaden von Wagen, die schon lang nicht mehr fahren, zu einem Gebäude, das leuchtet. Ein einsamer Laden, dessen Wettergegärbten mit Brettern, verstärkten Lettern mit lange bewahrtem Bekenntnis besagen. Bäckerei. Nice. Darunter ein Schaufenster. Ein Schaufenster für Fleißige und Faulenzer, für Eilige und Draufgänger. Für alle, aber vor allem für mich. Denn ich bin Frühstücksfetischistin. Ich brauche nur einen Tisch und von allem ein bisschen. Dann werde ich wohnhaft. In meinen Adern fließt O-Saft. Ich will ein Brot mit einer Botschaft. Die Kerne. Auf der oberen Hälfte sind Sterne. Ich könnte jetzt schweigen und mich an ihnen laben. Aber zu Brötchen und Brot gibt es so viel zu sagen. Brötchen. Besänftigen wütende Gemüter und man kann sie weitergeben. An die grantigen Verwandten, aggressive Elefanten, die auf Safari dein Auto eindrücken wollen. Achtsame Nachbarn, die immer wissen, wann du nach Hause kommst. Aber vor allem, wann nicht. Und hast du Bock auf Backwaren, musst du nicht in die Stadt fahren, auch wenn das Dorf nur drei Einwohner hat. Einen Bäcker gibt es immer. Ob verkatert, betrunken, verletzt oder gesund, ob spontan oder geplant, ich werde ein letztes Mal verwarnt, weil ich mich vorgedrängelt habe. Aber es gibt nur noch ein Croissant. Die Bäckerei, mein Schutzpatron, mein wertvoller Schmuck im trostlosen Ton, dieser stark befahrenen Straße. In der Staub- und Stadtabgase schlechte Stimmung produzieren. Und wenn Gangster an die Fenster aller Blocks mit Farbeschmieren steht da immer nur aufs Maul. Oder ich töte deine Haustiere. Aber nichts Nettes. Deswegen brauche ich dich. Du bist mein Tempel, ein Pendel, das mich hypnotisiert. Jeder Stempel auf der Karte zum Sparen markiert. Ein Lebensabschnitt, der Bewegendes gibt. In der Gegend ist nichts, was mich stärker betrifft. Hier findet Verständnis, Erkenntnis. Wer immer sie sucht, hat nur keine Scheu. Brot ist Jesus approved. Stell dir vor, du hast einen One-Night-Stand und es war vielleicht nicht ganz so geil, aber morgens gibt's Brötchen. Zack, Haus gebaut, Baum gepflanzt, Kinder gezeugt, in der Vorstadt verschanzt, mit einem Bäcker um die Ecke, denn allein zu diesem Zwecke macht es Sinn, ein Haus zu bauen. Egal mit wem. Und magst du die Rosinen nicht, nimm Bienenstiche oder Mandarinenquiche, ich würde gleich mein Herz in Mürbeteig verrühren, aber dann bin ich tot und dann kann ich keine Brötchen mehr essen. Doch ich sage ja zum Leben, mein Brot ist nicht halb, es ist Vollkorn. Die Stollen sind golden und rollen mit Sahne und Marmelade, sind kostbare Ware, mit strahlenden Augen, schaue ich auf Krapfen und Laugen, auf Brötchen mit Früchten und Nüssen, Brötchen mit Güsten aus Zucker, von Mutter schmeckt nicht alles geil, das redet man sich manchmal ein, wenn man mal wieder Geld braucht. Denn, jetzt kommt eine ganz tiefe Stelle, denn, ob schwarz oder weiß, hart oder weich, süß oder deftig, leicht oder heftig, frisch oder trocken, mit Flocken und Roggen, mit Dinkel und Schinken, Beläge, die stinken, ich will hier versinken, in Schnee wehen, aus Mehl will mich einbetten, den Wecken mit Zimtschnecken zu decken, ich will mich tummeln und mümmeln, in Meeren aus krümelnden Mohn und in Kümmel, ich schließe die Türen zur Realität, ich stelle keinen Wecker, solange es geht, will ich eins mit dem Teig sein. Entschuldigung, jemand tippt auf meine Schulter, wenn sie ihr Gesicht in die Brötchen drücken, dürfen wir die nicht mehr verkaufen. Plot twist. Ich nehme meinen Kopf aus dem Korb und drehe mich um, so. Hinter mir steht eine lange Schlange Kunden, die mich entgeistert und angewidert ansieht. Ich verlasse die Bäckerei mit 15 angesabberten Brötchen und lebenslangem Hausverbot. Das war heute Morgen. Wir haben es gleich geschafft. Okay. Das war heute Morgen. Und weil ich die Gelüste nur schwerlich unterdrücke und gar nicht weiß, wie ich die Zeit noch weiter überbrücke, fällt mir ein, dass ich noch einen letzten Ausweg wüsste. Und ich verweigere die Sühne, nein, ich stelle mich auf die Bühne, denn wie heißt es noch? Applaus ist das Brot des Künstlers. Also los, ich habe Hunger. Danke.